Mein Mann wurde getötet, in einem weit entfernten Land. Hier draußen ist es so karg, ich kann nicht verstehen, was er daran gefunden hat. Da ist sie, Far Away Downs. Hiya! Willkommen in Australien. Es wird interessant. Es ist alles ein riesiges Outback-Abenteuer, nicht? Aber nicht jedermanns Sache. Nein. Wer bist du? Ich heiße Nala. Der wird allein sein. Ich bin nicht gut mit Kindern. Als sie in dieses Land kam, hat sie geguckt, aber nicht gesehen. Jetzt hat sie die Augen zum ersten Mal auf. Ich erwecke Far Away Downs wieder zum Leben. Nala, hilfst du mir dabei? Ja. Sergeant Callaghan, Polizei. Hier ist irgendwo ein Halbblut-Aboriginal-Kind. No! Ich dachte, wir geben ihn in die guten Hände der Kirche. Verschwinden Sie von meinem Land! Um dieses Haus zu retten, brauche ich Geld. Hier sind Ihre Kühe mehr wert als Ihr Land. Weitergehen! Was soll das werden? Kommt, Götiger. Eine Rinderfarm ist wie ein Staat und Sie haben niemanden, der ihn beschützt. Sie dürfen nicht gewinnen. Werden Sie nicht. Wie soll ich einen Viehtrieb mit nur zwei Männern schaffen? Ich muss auf die Wanderung. Er ist ein Kind. Ohne dieses Zeremonial hat Nala kein Land. Keine Geschichte. Die Bedrohung durch die Japaner ist real. Davin wird evakuiert. Nala! Ich komme und finde dich, was auch immer geschieht. Wir werden wieder zusammen sein. Ich glaube dir. Letztendlich gehört einem einzig und allein die eigene Geschichte. Ich will nur, dass meine gut ist. Ich will nur, dass alle sie gehört sind. Vielen Dank.